Warum die Schweiz das bessere Gesundheitssystem hat und was es hier alles für Vorteile gibt, das erzähle ich euch in diesem Video. Denn ich habe eine Frage bekommen aus der Community, wie meine Erfahrungen sind im Gesundheitswesen. Da ich das schon oft im Video angesprochen habe, dass ich eben Physiotherapeut bin, werde ich euch jetzt mal ein paar Fakten aus meiner Geschichte erzählen, wie es in deutschen Krankenhäusern ist und wie ich den Vergleich in der Schweiz ziehe. Ich denke, das wird ein spannendes Video. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt und abonniert kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Die Frage kommt vom Urologen, wobei sich das Uro auf Ur bezieht, will ich hier nun mal sagen. Und Urologen fragt, hast du eigentlich schon ein Video zum Gesundheitssystem gemacht? Ja, das habe ich. Also wie die Krankenkasse hier in der Schweiz abläuft, das kann ich euch gerne hier oben mal verlinken. Ich weiß, dass du hin und wieder aus deiner beruflichen Erfahrung und Perspektive berichtet hast, aber ich meine die Leistungen des Gesundheitssektors aus Sicht des Patienten. Wie ist die Qualität der Krankenhäuser, der Betreuung und des Personals? Gibt es ausreichend Betten? Wie ist die stationäre Aufnahme? Muss man ewig auf Termine bei Fachärzten warten? Wie sind die Zustände in den Notaufnahmen bzw. wenn mal ein Notfall sein sollte? Das würde mich brennend interessieren. Ich meine, wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Auch das deutsche Gesundheitssystem ist sehr, sehr gut. Ich kann euch sagen, ich habe in vielen Ländern auf der Welt gearbeitet und Physiotherapeut gemacht. Viele Erfahrungen gesammelt, auch in Dritte-Welt-Ländern. Und es ist teilweise katastrophal. Also das kann ich euch so sagen. Ihr könnt sehr, sehr glücklich sein, dass er hier in der ersten Welt lebt. Das mal vorweg gesagt. Und natürlich in der Schweiz ist es, ja, der Standard ist einfach überragend. Ja, so es geht schon mal los. Du verdienst mehr, deutlich mehr. Also teilweise, je nach Branche im Gesundheitsbereich, das Vierfache. Ja, so wie bei mir zum Beispiel. Die Pflege und auch das Personal und so. Es sind einfach viel mehr Personen verfügbar pro Patienten. Ich kann euch mal ein bisschen was erzählen, wie das so in deutschen Krankenhäusern abläuft. Also in meiner Ausbildungszeit zum Beispiel hatte ich die Chirurgie als Station. Und wir waren mit mir zwei Physios für 40 Patienten. Also zwei Physios für 40 Patienten am Tag, ja. Das heißt, Qualität der Behandlung war natürlich gut, ja. Wir haben unser Bestes gegeben. Aber du hast einfach nicht so viel Zeit für die Patienten, ja. Du musst halt ganz genau timen. Zehn Minuten gehe ich jetzt zu dem. Mit dem stehen wir jetzt nur heute auf. Mit dem machen wir ein paar Schritte. Da bewegen wir das Bein. Da zeigen wir ihm Übungen für die Schulter. Also du musst extrem effizient und zeitoptimiert arbeiten. Und hier hast du einfach ultra viel Zeit für die Patienten. Also im Verhältnis zu Deutschland. Wer das natürlich nicht anders kennt, viele Schweizer sagen jetzt, oh nein, die Betreuung ist trotzdem schlecht. Aber viele Schweizer haben auch noch nie in Deutschland gearbeitet. Das muss man ja mal sagen. Du hast hier viel mehr Zeit. Das heißt meist eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde für den Patienten. Und die Tage sind auch besser getaktet. Und ja, du hast einfach mehr Personal zur Verfügung. Das macht es am Ende aus. Auch die Pflege hat viel mehr Zeit für die Patienten. Also es kommen auch mehr Pflegekräfte pro Patient wieder. Wir hatten das so zum Beispiel erst letzte Woche gehabt. Also ich habe eine Zeit lang auch mit Wachkoma-Patienten gearbeitet. Und Locked-In-Patienten. Wer das Krankheitsbild nicht kennt, der sollte es, denke ich, mal googeln. Und es sind eben Patienten, die auf komplette Betreuung angewiesen sind, wo man hingeht und die Personen umlagert und hinsetzt und Transfers mit ihnen macht, weil einfach die Belüftung der Lunge ist wichtig. Das Herz-Kreislauf-System aktiv zu halten, dafür zu sorgen, dass sie keine Druckstellen bekommen. Und ja, einfach auch die Muskulatur dementsprechend noch so gut wie möglich erhalten wird und auch die Beweglichkeit in den Gelenken erhalten wird. Und hier haben wir dafür oft zwei Therapeuten, die 45 Minuten Zeit haben für den Patienten. In Deutschland hatten wir zum Beispiel, ich alleine, zehn Wachkoma-Patienten und innerhalb von zwei bis drei Stunden machen müssen. Also das heißt, du fährst dann dahin in ein Heim meistens und dann gehst du von Patient zu Patient und lagerst die Patienten entweder links oder rechts. Es gibt dann so einen Chart, wo man guckt, auf welcher Seite hat er gerade gelegen und dann lagert man die um. Und man muss natürlich dann gucken, dass man das möglichst gut und auch mit einem gewissen Zeitdruck wieder macht. Dagegen ist das hier Luxus, muss ich echt sagen. Man kann jetzt nicht sagen, dass das Gesundheitssystem in Deutschland nicht völlig überlastet ist, weil das ist es. Es gibt Personalmangel, es gibt Fachkräftemangel und den gibt es auch hier in der Schweiz. Aber viele Gesundheitskräfte kommen eben hierher, weil die Bezahlung noch viel besser ist und die Arbeitsbedingungen viel besser sind. Die Qualität der Krankenhäuser ist allgemein eben, es gibt viel mehr Material zur Verfügung, es gibt mehr Lagerungsmaterial, es gibt besseres Material, also bessere Betten, weniger Patienten in einem Zimmer. Also ich kann euch sagen, bei der Zeit auf der Gynäkologiestation zum Beispiel, es waren teilweise acht Frauen in einem Zimmer und du hast Becken-Boden-Therapie gemacht oder Frauen, die gerade ihr Kind bekommen haben, waren dann auch zu viert in einem Zimmer und das kann natürlich schwierig werden. Hier sind oft nur zwei Patienten in einem Zimmer, was natürlich sehr, sehr gut ist. Ausreichend Betten gibt es hier auf jeden Fall. Also da habe ich noch nie, selbst jetzt in der Corona-Pandemie, wo wir einen extremen Ansturm an Patienten hatten, also es war wirklich krass, aber es war für jeden Patienten immer noch ein Bett vorhanden, wo teilweise in Deutschland Tonhallen umgebaut werden mussten und die Spätäler, die Patienten einfach auf den Fluren geschlafen haben. Das hat es hier nicht gegeben oder ist mir nicht bekannt, dass es das gegeben hat. Also selbst da konnte die Schweiz das gut stemmen. Termine bei Fachärzten, das ist oft das Problem. Also da kann ich euch sagen, in Deutschland wartest du ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, auf einen Facharzttermin und dann ist dein Problem meist entweder so schlimm, dass es chronifiziert ist, logisch, oder das Problem von alleine weggegangen ist, was natürlich super wäre. Aber einfach flächendeckend auf Deutschland gesehen gibt es eben diesen Fachkräftemangel und den gibt es auch in der Ärztebranche. Und man muss sich natürlich überlegen, mache ich zum Beispiel, bin ich Zahnarzt in der Ostregion und verdiene meine vielleicht 6.000, 7.000 im Monat oder bin ich Zahnarzt in der Schweiz und verdiene 100.000 im Monat und habe eigentlich noch weniger Patienten als bei uns. Fachärzttermine kriegt man hier also deutlich schneller, auf jeden Fall. Und dazu kommt natürlich die hohe Eigenverantwortung in der Schweiz, weil du Arzttermine einfach erstmal selber zahlen musst. Das heißt, es gibt viel weniger Anmeldungen bei Ärzten und damit auch Terminblockaden gibt es nicht so viel. Denn in Deutschland, das wird einfach übernommen. Also das heißt, du gehst natürlich auch viel schneller zum Arzt und bist schneller auch mal krankgeschrieben, als hier, wo du weißt, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, zahle ich erstmal 3, 4, 500 Franken und in Deutschland zahlst du nichts. Nehmen wir mal so ein Beispiel, du hast vielleicht Schulterschmerzen, dann gehst du hier zum Orthopäden, machst einen Termin, der macht schnell mal ein MRT von dir, dann vielleicht noch ein Röntgen, untersucht dich, gibt dir Tabletten oder sowas, dann bist du locker mal bei 1.000 Franken für einen kurzen Arztbesuch und das überlegen sich dann schon viele. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, ist immer die andere Frage, weil du natürlich auch ein bisschen mit deiner Gesundheit spielst, ja. Es gibt auch Krankheitsbilder, die äußern sich in diffusen Symptomen und dann hast du vielleicht was sehr Schlimmes, man weiß es nicht, ja. Also man sollte das Geld dann schon aufbringen und mal zum Arzt gehen, muss ich sagen. Aber Fahrhartstermine, du wartest nicht so lange. Zustände in Notfallstationen ist natürlich auch so. In Deutschland, die sind oft mega überfüllt, ja. Da herrscht so ein kleiner Trick vor, dass wenn du keinen Facharzttermin mehr bekommst, dann gehst du einfach in die Notaufnahme, denn da müssen die Leute dich dran nehmen. Es kann halt sein, dass du fünf bis acht Stunden wartest oder so, dass du dran kommst, aber sie müssen dich dran nehmen, ja. Sie können dich also nicht wegschicken, weil es ist eben eine Notfallstation und das ist natürlich, ja, schwierig, das so zu machen, aber viele Leute machen das leider so. Hier ist es auch wieder, wenn du zum Beispiel einen Krankenwagen rufst, ja, du bezahlst auf jeden Fall die Fahrt für den Krankenwagen und ich weiß nicht, was es ungefähr kostet, ich glaube 500 Franken oder so, dass allein der Krankenwagen hier mal herkommt, dann sind die aber auch schnell da, ja, weil einfach, ja, es wird mehr, es ist einfach mehr Kapazität dadurch vorhanden. Und auch Rettungssanitäter zum Beispiel sind oft mega überarbeitet, ja. Also du musst ja sehen, du bist, du stehst früh auf, du tippst nicht einfach nur irgendwas in deinen Computer ein oder so, sondern du stehst früh auf und du musst Leben retten und du weißt nicht, was auf dich zukommt an den Tag. Also das ist psychisch eine sehr belastende Arbeit, ja, die auch noch relativ mittelmäßig bezahlt wird für das, was du da leistest und du kannst ja dann auch nicht einfach aufhören oder Feierabend machen. Ja, wenn du jetzt eine halbe Stunde vor Feierabend einen Notfall reinbekommst, dann lässt du denjenigen ja nicht da einfach auf der Straße liegen oder so, sondern du fährst dann hin und du rettest dein Leben. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn jetzt viel mehr Leute, dadurch, dass es gratis ist zum Beispiel, dass der Krankenwagen auch kommt, rufen einfach viel mehr Leute beim Notarzt an. Teilweise blockieren sie dadurch auch die Leitung für richtige Notfälle. Und natürlich wird das versucht, in der Zentrale abzufangen, aber du kannst halt nicht für alle sorgen. Und das ist natürlich auch eine ethische Frage, dass man da entscheidet, wo schicke ich einen Krankenwagen hin und wo nicht, ja. Also das lief in der Schweiz bisher hier echt gut, was ich so mitbekommen habe. Einfach nochmal was vielleicht ein bisschen zum Alltag in Deutschland. Also ich hatte deutlich mehr Patienten, ja. Ich habe 15 bis 20 Patienten am Tag behandelt und dafür habe ich so wenig verdient. Also ich verdiene jetzt hier in einer Woche mehr, als ich damals im Monat verdient habe. Wenn ich hier zum Beispiel Privatpatienten behandeln würde, dann müsste ich einen Tag die Woche arbeiten und hätte den gleichen Monatslohn wie in Deutschland zusammen. Das für euch mal. Und das ist schon sehr, sehr krass. Ja, also da sollte man sich auf keinen Fall beschweren, was hier finanziell möglich ist. Jetzt habe ich deutlich weniger Patienten. Ich habe viel mehr Zeit für die Patienten. Ich kann mehr Qualität rausholen. Ich kann mich mehr mit dem fachlichen Hintergrund noch beschäftigen. Ich kann mehr Weiterbildungen machen. Ich kann mich tiefer in eine Thematik eindenken. Dafür hat in Deutschland oft die Zeit gefehlt, weil du einfach, du musstest Geld verdienen. Ja, es war gar nicht die Möglichkeit, auch zum Beispiel Arbeitszeit zu reduzieren oder irgendwelche Studien und Weiterbildungen zu machen. Die werden dir auch nicht bezahlt, weil wofür, ja. Wenn du nicht dadurch mehr Geld am Patienten verdienst, wer soll die Kosten übernehmen? Das ist sehr, sehr schwierig. Und auch Pflegepersonal, also zum Beispiel auf der Intensivstation war teilweise ein Pfleger für, ich glaube, manchmal sogar acht Betten gewesen, weil einfach unterbesetzt war. Und hier ist dann ein Pfleger für zwei oder drei, vier Patienten vielleicht, ja. Das war es dann aber auch. Und das ist schon deutlich besser, ja. Also ich würde die Schweiz fast als das Paradies für Gesundheitsberufe bezeichnen, ganz ehrlich. Denn ich würde, wenn ich nicht müsste, nie wieder in Deutschland arbeiten, wenn ich in einem Gesundheitsberuf bin. Dazu mache ich übrigens bald ein Video. Wenn es draußen ist, ist es auch da oben verlinkt. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen aufklären, wie das hier so ist und habe nichts vergessen. Liebe Grüße an dich, Urologe. Falls du noch mehr Fragen hast, gerne in die Kommentare. Und falls ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Ich werde da weiter darauf antworten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert kurz uns unseren Kanal und ich verlinke euch hier oben weitere spannende Videos über die Schweiz. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.